Dieses zum Kauf angebotene 8-Zimmer-Mehr-Familienhaus befindet sich in Leichlingen. 2006 wurde diese Immobilie erbaut. Sie hat 5 Schlafzimmer und 4 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 706 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 330 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 598.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017